um prall und herzlich willkommen zu einem neuen let's play brick force diesmal bin ich wieder dabei eko sag mal was wir schon heute mit der renntiere anbrust ist das nicht geil das ist doch geil oder es geht die renntiere anbrust auf der map dead town und wir starten schnickers muss ready machen los maß 1 mal ready gut gemacht also es ist nicht so eine große map und wir spielen also wir versuchen es ein wenig zu quickscope was wahrscheinlich zu 100 prozent fehlschlagen wird oh ja ich finde sogar die renntiere anbrust ist nicht so gut zum quickscope obwohl die eigentlich viel besser sein soll zum quickscope aber fast ich schon ein punkt auf dem bildschirm gemacht ja freut mich ich bin ja derjenige der am meisten die punkte auf dem bildschirm missachtet weißt wisst ihr ich hasse so fast wieso denn die meisten leute die Prozent sowas haben sagt meistens wieso sollte ich mir einen punkt auf dem monitor meinen die sagen nicht nein die sagen nämlich wieso sollte ich genau das ist der beweis aber ich habe ich hab's mal nein ne lol der der gift rauchnebel hat mir der giftrauchnebel der giftrauchnebel der giftbombe hat du krankenlos gemacht ey oh also ich bleib hinten und snipe um du ich wollte schon nicht zu quickscope ja das war eigentlich mein ziel von heute lol 9 1 was ist da los also ich weiß ja ob wir das noch mal erwähnen müssen aber die rennen kann wo es macht kein one hit bei 150 ja das ist so schade ein hp ein micklich mickriger hp aber ich glaube nicht dass das zufall war ganz ehrlich nein das ist sicher kein zufall ist sowas von hundertprozentig kein zufall sollen wir jetzt hier auf den eingang horst gruppen das klappt so ich bin nicht gut ach so darum hast du so eine gute karte lol das um aus der dritte Zeit ich spiele gerade mit 3 1 KT lol auch erneut der red hat hat die gleiche karte ewig der red herz der red hat ich frag mich gerade nur woher er seinen Namen hat ich denke er ist blut doch ok der Witz war es ziemlich schlecht sicherlich dass er und du machst ihn noch schlechter er kann ja auch gelbe Haare wenn er einen schlechten Witz macht er schafft es ihm noch schlechter zu machen oh man ist das eigentlich verpönt hier zu hart geachtet also du hast auch angefangen mit den knorkelwitzen ey einer ist bei unserem Turm hol ich mir nein daneben nein da ist keiner sollte ich hier sein der radar zeigt es nämlich an nein Amalf hat ihn wieder weggenutzt yeah Amalf hat ihn wieder weggenutzt yeah Amalf fragt wie wer zuerst einen Nachkampf kill macht ja toll du stehst ja wahrscheinlich vor dem Eingang mit deinem komischen Hölle Drachen Feuer Dingens Schwert aus der Hölle vom Cerberus persönlich staatsf îl glaube ich werde ich sagen ich habe gewonnen nein nein Okay machen wir den der schweißt blädt granaten alter Alter Blädt granaten sind echt effektiv der sofort wieder zu nein 1hp 150 grüßtung gab dies genau gesehen das wäre ein fetter Brickshot gewesen weiss schon dass du eigentlich auch so ein Noob bist der soviel Rüstung hat ich trage gerade 140 Rüstung aber du bist auch so ein Noob ich finde das Kostüm nämlich nicht so sexy killt doch mal Amalf was lässt du wieviel hast du schon bereits auf KD kommt es diesmal nicht also nur auf Nahkampfkills wir haben nicht die gleiche KD also von dort kannst du keine Nahkampfkills machen nein keine Muni mehr jetzt muss ich Nahkampfkills machen ok ich stürme auch mal vor nur Nahkampf what you win nein Blende nicht ich folge dich mal eben ich folge dich oh mein Gott zieht da viel oh Instant Town durch ne Kondor Junge wieso mit dem Fisch hast du schon auch ein Nahkill nein ich bin Rhygeraschen und war Instant ach so ich nicht du bist einfach wieder ein Scheiß Glückspilz und wieder ein Nahkampfkill hast du auch schon einen warte nein hast du auch einen Fischkill gemacht ich brauche noch ein Nahkampfkill 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 nur noch sechs aber ohne Warpies ist das scheiße oh mein Gott ich habe gerade auch ohne Warpies gemacht ja du bist auch ein Lappen juhu Nein da müssen wir gleich noch 160 Kills einzuschneiden ja da müssen wir gleich noch ne Runde machen und die Teams ein wenig fährer gleich noch ne Runde yay ich drohle mir die wie lange haben wir jetzt aufgenommen 5 Minuten ich glaube da können wir gleich 80 Kills reinmachen das war nur 5 Minuten? ja boah da ging schnell muss doch ne Runde machen da guckt sie ja keine Ahnung viel zu kurz ja zu kurz wie oh lol bisschen gegeneinander die andere Seite hä? ok cool ich habe eben Auto Dingsbums eingestellt ja und beide von uns sind auf die andere Seite gewechselt wie geil ist das denn? oh Snickers hat mich gemarst meins wohl marst nein und Amorph hat er mir wieder gesteilt das war so typisch Amorph hui Pistol ha wann lädst du hoch? ich bin immer noch am aufnehmen nepp oh Knackl mach wir immer noch ein Nahtuell nein Spawnschutz 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 die snipen gerade alle warum? ja weil wir das auch tun echt? sag ich dich Fischer oh mein Gott da ist der gleich nein nicht ich will auch einen Nahtkampf kill ja und gleich noch einen ja sag mal hast du eigentlich schon die Felken? nein ich werde mich nein hässliche Armour du musst auch ein paar weißt du die hässliche Pistolenarmbrust die so scheiße ist hast du die hellenfeuerarmbrust die so scheiße ist hast du aber die Falcon 18 die gar nicht mal so schlecht ist hast du nicht alter der K oh ich schieb gerade alle meine Pfeile in deinen Hinterkopf du müsstest du ziemlich schlau in deinen Pfosten rein ich hau dir jetzt auch noch meinen Fisch auf den Hinterkopf dann müsstest du noch schlauer werden Fisch nein ich habe nur noch 50 HP nein ich habe nur noch 0 HP wow es ist ziemlich viel auf mich mit dem Fisch und er hat mich er hat mich er hat mich gefiescht der Double Q mit dem Fisch der macht wohl den Armourf er macht den Armourf er macht den Armourf er macht den Armourf er macht den Armourf und er konnte wieder einfach helfen das gefällt mir nicht lol irgendwie habe ich jetzt gerade voll Glück mit dem Quickscopen ich will den Fischkel wieder machen nein da kommt einer ah der will noch kommt komm her komm her oh der hätte mich fast bekommen das war knapp sind denn die ach hier kommt gleich einer die 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 nein ich habe mir einen Quickscope in den Kopf gegeben und er mir auch und dann war ich tau tau der hat ja noch Prämie unterkommt der andere von hinten du bist nicht da sondern du bist taunt ha ha oh mein Gott der schlechten Witze nein let's play der schlechten Witze ist der schon wieder heute ja der kommt ziemlich oft vor bei mir deine LPs oh mein Gott das ist voll nein ich war viel zu viel zu wenig Fischkills gerade ah Mist hey Armourf hi fame Armourf ist richtig fame ich bin voll ne fame bitch wie viele Abonnenten hast du denn jetzt etwa 180 83 84 85 also ich könnte es die genaue Zahl nennen aber dann würdest du sagen ich wäre abo geil deswegen sage ich ungefähr fast 200 hallo ich will hier hoch sein ich aufko bald habe ich 200 geknackt ist auch nice jetzt kommt dann gleich von unten und killt mich weiß gar nicht wann machst du eigentlich dein Abonnenten Special das müsste auch mal langsam kommen 3000 äh die Condor Armour ist das finde ich gerade fies und der ist ja auch tot nein oh der Tinten ist noch einer ok auf die Empfehlung vergesst es dass ich da quickscope nennt mich Noob aber ich quickscope nicht auf so eine Empfehlung das könnte nicht von mir flangen äh da wird die Blutchen ohne Worte und ich hatte noch Prämie für den Triple Kill muss der leider stehen oh mein Gott dieser Fisch macht mich aggressiv nein es wurde gilt vor der Hurricane und ich werde gerade mit einer Dinganrust attackiert mit einer Condor jetzt frage ich mich nur ob das eine Brenner Hurricane nein wir schweißen nenne drei Autsch und da kommt der nächste mit seinen hässlichen Stab und freut sich mit Keks aber wie viele gerade wieder in unserem Team Chat fragen du gehst höhere mit Hey Heat da war er nur dein Bildschirm sie kann ich habe ruhig Chat ohne Ende nein 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 ist ein Ort Baram bam 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 LLL das wie giftnest du laufen jetzt fang ich schon wieder an ja wir haben vorhin die ganze Zeit gesungen wenn wir ein Mann Wort sagen hier will oder bis wir ein anderes sagen ja wir sagen einfach statt nanana man sagen wir baxter man ok baxter man baxter man baxter man baxter man baxter man also baxter man falls du das siehst, fühl dich ein wenig geirrt, bitte. Ich weiß noch nicht, ob du mein Let's Play schaust, aber trotzdem kannst du dich ein bisschen geirrt fühlen. Wir können ja heute sagen, dass er es morgen gucken soll, weil er vorkommt, bin direkt. Hast du einen Aufruf mehr? Glückwunsch. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Da hab ich wieder Box hier hin zu snipen. Mann! Dann wär' ich auch schon geknallt. Der knallt mich noch auf den Boden. Der knallt dich nicht auf den Brunnen, der knallt dich. Sei ehrlich. Du perverses Schweinchen. Ich bin Fiss. Oder eine Taube. Ich kann das heute nicht. Nee, das war peinlich. Du Saks Crew, du hast mir meinen Killgist. Kannst du gerade deine Ente machen? Du hast deine Stimme auch nicht ready. Nein, die kann ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich kann gerade meine Taube auch nicht. Ich kann es mal versuchen. Ente. Die Order King auch mal ein bisschen besser. Mal wieder versuchen, die Taube zu machen. Ja, ich komme jetzt nicht zu hoch. Das Let's Play nämlich schlechte Witze und Tiergeräusche. Das ist ein bisschen lang dann. Okay. Schlechte Tiergeräusche. Oh, er hat mich gefiescht. Nein. Aber man, die nachkampfen mich jetzt alle. Das macht irgendwie depressiv. Ja, und? Ist auch lustig. Eine Nachkampfrunde, ohne das Nachkampf eingestellte Seite. Ja, aber ich will jetzt einfach ein bisschen... Quicks Cope. Meine... Die geht von dem Taube mit Taube. Die geht von dem Taube. Die geht von dem Taube. Der 150 ist dumm. Nein. Da kommt der nächste. Oh, genau noch bekommt. Der die Gift, der gegen den Baumgeschwister hat, der hat den Taube gemacht. Wie geil. Skillet. Und das war nicht mehr mit Absicht. Das haben wir voll gesehen. Das war einfach nur Fail. Wie geil das war. Loll. Du würdest genau kampf. Ich habe nur ein Autsch. Alter, keine Giftnades. Das ist mehr Nachkampfrunde als Sniperrunde gerade. Hey, Hatecore, bei dir läuft. Nein, läuft nicht. Es macht depressiv, diese Nachkampf. Warte, warte. Hatecore und sein Pferd. Wie ist denn das nicht durch? Seine Beine laufen. Oh mein Gott. Heute ist echt der schlechte Witz. Das ist so behindert. Wir sind wieder so kreativ. Alter. Ey, ich kann einfach nicht Quickscopern. Ich kann einfach nicht Quickscopern. Ich nachkampf den zuerst. Ha, nein. Hab ich nachkampf gerade zwei, das ist fies. Nein, lol, der rascht an mir vorbei. Geh weg. Nein. Gruppenkuschel mit dem Gegner-Team. Nein, er kommt. Er will mich nachkampf. Lass mich. Viel zu viele Nachkampfkills gerade. Ich mache gar keinen Sniperkill, obwohl das eigentlich der Sinn gar nicht ist. Ja, ich wollte eigentlich auch ein wenig Quickscopern. Oh mein Gott. Da kommt schon der nächste im Deckel. Aber das ist halt ein Problem, wenn die... Ah, man verdäht. Es gibt ein neues... Nein. Auf seinen Kopf gesprungen. Guck mal, er zückt gar nicht mehr zur Hauptwaffe, weil er mich nahekampfen will. Hinter dir, Sneakers. Hinter dir. Juhu, er hat geschaut. Hui, hui. Komm. Ja. Komm, das gibt doch ein Triple. Ich habe es wieder im Urin. Nein, das gibt keine. Oh, dein Knallgame Urin mal wieder. Ja, wie sieht denn deine aus? Grün oder so? Grün. Deiner nicht? Nein. Was? Oh, meine Stimme kommt heute gar nicht so hoch, Alter. Du brauchst auch keine hohe Stimme. Ich versuch's mal. Juhu. Okay, geht. Juhu. Jetzt mal, wenn wir ein Nachkampfkill machen. Juhu. 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 Nein, ich meine, zwei KD, ich Noob. Okay, aber frag mich, das tröstet mich. Ist doch so scheißegal, was für die KD man hat. Der Town von, habe ich vergessen, schaue ich gleich nach. Der Town von Julian 5655. Hast du den Raum verlassen? Nein, ich bin noch klar. Also, ja, man kann Mappers werden, dann schauen. Ah, schlaues Büschchen. Oh, die kickt alle. Okay, ich kick. Oh, die bleiben aber alle außer mich. Unfass. 1999. Nein, das wird das jetzt gekickt. Und du natürlich auch. Oh, Mann, das wird langsam zur Gewohnheit. Deswegen rechne ich gar nicht drüber auf. Instant Kick. So, das war's wieder mit dem Let's Play mit der neuen minderwertigen Armbrust. Die Ken One-Hit macht bei 150 Rüstung mit Amorph. Abonniere, den Kanal ist in der Beschreibung. Und du darfst noch das letzte Wort haben. Die Rentierarmbrust ist ein Rentier, was nicht kräftig ist. Und somit bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschau. Tchao. Tchao.